Yo Leute, was geht? Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einer weiteren Folge Brotato auf meinem Kanal. Wir gehen auch direkt rein, denn heute will ich wieder was kombinieren, nämlich den Entdecker und den Glückspilz, habe ich mir gedacht. Wir gehen auf über viele Kisten, wir gehen richtig auf Glück. Und wir nehmen hier mal diese neue Waffe, den Loaded Dice, die habe ich auch noch nie benutzt. Die skaliert mit Glück, ich denke mal, die wird ganz lustig werden. Ich habe keine Ahnung, was die kann. 17% Chance beim Auftreffen zu explodieren anscheinend. Wir gehen natürlich rein auf Gefahr 5 im Endless Modus und bevor ich den Run starte, wenn ihr mich unterstützen wollt und euch meine Videos gefallen, lasst mir sehr gerne ein Like auf diesem Video da und folgt meinem Kanal, ich würde mich freuen. Ihr findet meinen Zweitkanal auf dem Kanal verlinkt und in der Videobeschreibung all meine wichtigen Links. Jetzt gehen wir rein, let's go. So, ich weiß überhaupt nicht, was der kann. Oh, das ist schon die erste Kiste hier. Was ist das? Schmeißt du mehrere auf einmal? Also wir schmeißen so zwei Würfel und die explodieren manchmal. Ja, Kisten sind alles, was wir haben. Durch die Charakterkombination haben wir ja extrem kranke Nachteile, wie ihr schon seht. Wir haben 60% weniger Attack Speed, wir haben 40% weniger Schaden. Das sind alles so Sachen, die tun auf jeden Fall weh am Anfang. Und wir haben auch noch 50% weniger XP. Gegner sind schneller, die Gegner lassen weniger Zeug fallen. Also das ist nichts, was am Anfang jetzt extrem stark ist. Ich glaube aber später, wenn wir lange genug durchhalten, hat das hier Potenzial. Wir nehmen auf jeden Fall das Elefanten-BB mit, weil wir natürlich ganz klar einfach auf Milliarden Kisten gehen und dann einfach uns darüber die ganzen Items sneaken und vielleicht dann mit den Items so stark werden, dass wir diese ganzen Nachteile ausgleichen können. Aber 60% Attack Speed, 40% Schaden als Minus zu haben, das ist schon eine Menge. Wir nehmen natürlich alles mit, was Glück bringt und kriegen direkt in der zweiten Runde vier Kisten. Also so geht es natürlich auch. Metalldetektor tatsächlich bringt Glück. Den könnten wir mitnehmen. Problem ist, wir brauchen den eigentlich nicht, weil wir sammeln eh relativ wenig auf. Weil die Gegner ja weniger Geld fallen lassen. Wir werden all unser Geld wahrscheinlich über Kisten, Ernte und so ein Zeug machen. Ah, 5% Schaden macht jetzt auch nicht die Welt aus. An unserem Punkt, deswegen nehmen wir das einfach mal mit. Elefanten-Baby nehmen wir auf jeden Fall auch mit für später. Ich denke, das wird sehr, sehr krass werden, wenn wir auf Glück gehen. Okay, noch ein Elefanten-Baby. Nehmen wir die einfach alle mit. Jo, die Bäume hier. Also ihr seht schon, natürlich durch den Entdecker-Bonus spawnen wir Bäume, als gäbe es kein Morgen. Deswegen definitiv denke ich gar nicht mal so schlecht. Aber wir werden wahrscheinlich bis Runde 10 oder so oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger sehr, sehr große Probleme haben. Und dadurch, dass die Gegner weniger Sachen fallen lassen. Stimmt, die Gegner lassen 50% weniger fallen. Dadurch können wir auch schlechter das Elefanten-Baby nutzen. Hab ich gar nicht drüber nachgedacht. Weil wir ja weniger Materialien zum Aufsammeln haben. Okay, Attack-Speed und Reichweite nehme ich auf jeden Fall mit. Eine Landmine, wir werden nicht auf Technik gehen. Bisschen Ernte, glaube ich, ist nicht verkehrt. Recycling-Maschine auf jeden Fall. Und mehr Bäume auch. Das ist richtig gut. Mehr Bäume und Recycling-Maschine natürlich, da wir so viele Items kriegen. Deswegen ist Recycling-Maschine extrem gut für uns. Muss sagen, diese Waffe ist nicht schlecht. Was ich jetzt auch noch ansprechen will. Zuerst einmal, bevor ich es wieder vergesse. Vielen lieben Dank an alle, die mir Games empfohlen haben in den Kommentaren. Da wurde mir wirklich sehr, sehr viel empfohlen. Ich muss mir das alles mal anschauen. Ich glaube, ich werde diese Woche noch Soulstone Survivor vielleicht mal testen. Wenn das funktioniert einigermaßen. Wenn ich das hinkriege. Dann kommt das, glaube ich, auf jeden Fall diese Woche mal. Und ich werde jetzt mal so Step-by-Step immer mal wieder, wenn ich die Zeit finde. Irgendein einziger Spiele, das ich mir vorgestellt habe, einfach mal ausprobieren. Vielleicht mal auf dem Kanal vorstellen. Und wenn es gut ankommt, dann da ein bisschen mehr zu machen. Neben Rotator natürlich. Aber auf jeden Fall vielen Dank dafür. Es gibt da ja doch schon ein bisschen mehr, als man denkt. Aber manche Spiele sind einfach ein wenig, ja, unbekannter oder so. Oder vielleicht in dem Genre gibt es auch sehr viele so sehr, sehr kleine Indie-Spiele, die auch nice sind. Aber die muss, wenn man die nicht kennt, dann ist es sehr schwierig, die zu finden. Ich habe mir jetzt mal alle eure Vorschläge. Ich lese die Kommentare ja immer. Also ich lese immer jeden einzelnen Kommentar. Ich habe alle eure Vorschläge einfach mal aufgeschrieben. Und werde die so Step-by-Step abarbeiten. Mal gucken. Okay, komm schon, komm schon, komm schon, hier noch eine Kiste. Jawohl, also Kisten, wie ihr seht, sind absolut kein Problem für uns. Wieder vier Kisten. Ah, noch ein Metalldetektor. Ja doch, komm. Wir haben jetzt eh schon ein bisschen Minusschaden. Fernkampfschaden brauchen wir. Also ich werde alles verkaufen, was wir nicht unbedingt verwenden können, auf jeden Fall. Weil wir damit natürlich eine Menge extra Geld machen. Bebe mit Bart werden wir nicht so extrem ausnutzen. Weil diese Würfel mit Glück skalieren, werden wir auch wirklich, denke ich, schadenstechnisch nur auf Glück gehen. Und die Skalierung mit Glück wird sogar besser. Und wir schießen mehr Projektile. Also könnte sein, dass diese Waffe sogar ziemlich stark... Also die Waffe wird stark sein auf dem Charakter, der auf Glück geht. Das kann ich euch versichern. Aber könnte sein, dass diese Waffe stärker ist, als ich dachte. Nehme ich die Ernte mit? Ja, wir brauchen das Geld. Haben wir zwar auch noch Minusrüstung, da muss ich echt aufpassen, aber... Das sieht schon ganz lustig aus, diese Würfel, die er einfach wirft. Die dann hier mit ihrem Projektieren einfach alles wegschallern. So, bei der 6 sollten wir auch noch Ethisch schaffen. Und es explodiert natürlich auch zwischendurch, was auch sehr hilfreich sein kann. Da kommt schon noch ein Baum. Verdammt. Hier vielleicht eine Kiste. Wie, nur zwei Kisten? Ne, drei. Gut, ich wollte schon sagen Landminen. Oh, ich habe echt viele Landminen jetzt bekommen, diesen Run schon. Minus Ernte will ich erstmal nicht. Ich glaube, wir gehen... Oh, ne. Zehn Glück. Glück ist alles, was ich haben will. Werdenkampfschaden und Attack Speed wird auf jeden Fall eingesteckt. Machen wir ein bisschen mehr Schaden. Aber mir geht es hauptsächlich um Attack Speed. Sammeln, Reichweite und zehn Ernte. Ja gut, wir haben eh noch keine Ausweichen. Und ein bisschen Prozent Schaden. Okay, wir sind defensiv. Ein unglaubliches Desaster. Aber glücktechnisch und offensiv sollten wir ganz okay dabei sein. Immerhin schon mal ein bisschen Attack Speed bekommen. Was ist schon ein extrem krasser Nachteil, dass wir einfach 50% weniger XP bekommen. Und ihr müsst ja immer daran denken, durch die Mod kriegen wir nochmal weniger XP. 10%. Weil die Mod natürlich auch ein bisschen eine Challenge sein soll. Das haben mir auch echt viele geschrieben unter den letzten Videos mit dieser Kombinations-Mod. Man kann sich auch so eine Mod holen, mit der man Items im Shop verkaufen kann. Und dann könnte man diesen Debuff verkaufen, den man bekommt mit der Mod. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dann wird es mir persönlich ein bisschen zu einfach. Wenn ich jetzt dann auch noch den Debuff der Mod verkaufe. Wenn ich dann zwei Charaktere kombiniere. Wenn man die richtigen Charaktere kombiniert, wird das ja schon eh ziemlich stark. Und wenn ich dann das irgendwie alles raushaue, dann wird es mir persönlich ein bisschen zu einfach. Das nur dazu, dass ihr euch nicht wundert, warum ich die andere Mod nicht benutze. Okay, wenn... Äh... Ich nehme lieber das Geld mit. Da nehme ich auch sehr gerne das Geld mit. Hier nehmen wir die Ernte mit. Ähm... Und hier bleibe ich. Ich will meine Attacks mit erstmal irgendwie auf ein annehmbares Level hauen. Dreieck der Macht können wir auf jeden Fall mitnehmen. Ich werde nicht auf... Äh... Nicht auf... Wie heißt das hier? Blutige Hand gehen. Und das Übliche werde ich nicht mitnehmen. Und wenn die 20% Schaden sind, sehr, sehr gut. Und die 40% XP, die werden auch auf jeden Fall eingepackt. Aber ich muss sagen, das ist die stärkste Kombination, die ich bis jetzt mit der Mod getestet habe, war wirklich... Oder gefunden habe, war 1000 Sasa plus Bauer. Ich meine, die meisten von euch werden den Run eh gesehen haben, aber das war ja einfach nur absolut lächerlich. 12 Kartoffelwerfer. Einfach nur krank. Ja, ich muss sagen, die Elemento, genau. Die Elemento-Mod hatte ich jetzt das Gefühl, kam auch relativ gut an. Also haben mir viele gesagt, dass sie die Mod gut finden. Da werde ich definitiv auch wieder ein bisschen zu machen. Und da noch ein bisschen rumprobieren, was es da noch so alles für verrücktes Zeug gibt. Weil, wie gesagt, die Mod ist schon sehr abgedreht teilweise. Es gab auch viele, die gesagt haben, dass denen die Mod ein bisschen zu abgedreht ist. Was ich natürlich auch verstehen kann, weil sie halt von so dem Standard-Protato sehr weit... Und die Charaktere sich schon sehr speziell spielen. So, nehmen wir Crit. Warte mal, haben wir überhaupt Crit mit den Dingern? Wahrscheinlich die Standard-3%. Das ist ein gutes Item. Deswegen nehme ich es mit. Ist ein guter Allrounder. Wir können eh und später wieder Crit sichern irgendwie. Deswegen glaube ich, dass wir das ruhig mitnehmen können. Weil Crit jetzt eh erstmal noch nicht so wichtig ist. Und wir nehmen den auch mit. 50 Schaden mal 4. Also ich habe das Gefühl, mit 208 Glück ist das schon ganz schön krank. Aber ich sage es mal so. Es gibt ein Item, das würde diesen Run hier auf ein ganz neues Level hieven. Und das ist der Hut, der uns Glück gibt, wenn wir Früchte einsammeln. Das wäre einfach nur krank. Ich habe auch das Gefühl, dass diese Waffe irgendwie ein bisschen Range braucht. Die hat echt mickrige Range. Aber ich habe natürlich ja noch keine Range mitgenommen. Aber andere Fernkampfwaffen haben von Natur aus ein bisschen mehr Range. Ich muss auch sagen, ich finde es echt schade, dass die Elementum-Mod noch nicht final im Workshop ist, leider. Die ist nicht fertig im Workshop. Die ist nur so teilweise im Workshop. Und die muss man halt immer noch über dieses Dateien austauschen installieren, wenn man sie ganz haben will. Aber da ist dann halt immer, wenn man irgendwas verändert, ist sie direkt weg und so. Und das ist halt schon ein bisschen blöd. Die würde ich auch gerne nochmal zocken. Ach komm, wir machen noch ein bisschen mehr Heilung mit. Ein bisschen mehr. Und dann nehme ich ein bisschen Reichweite mit. Weil wir da echt wenig haben. Vier Regeneration. Ich will hier nicht so viel Geld reindrehen. Aber vier Regeneration holt mich nicht ab. Ritter und Ausweichen. Ja komm. Dann können wir wieder krippen. Tempo tatsächlich auch nicht so verkehrt. Wir haben eh ziemlich viel Glück. Klar, da verlieren wir 10% Glück. Explosionsgröße ist ganz schön gut. Weil wir ja explodieren. 17% Chance zu explodieren. Ich nehme erstmal das Glück mit. Aber ich werde die beiden anderen Sachen gleich auch mitnehmen. Wir haben zwei Hordewellen auch. Interessant. Ich glaube die Waffe ist ziemlich gut für Hordewellen. Sagen wir, wie viel Attack Speed haben wir? Hm. Na gut, mit minus 15% Attack Speed vielleicht nicht so krass. Aber ich glaube die Waffe könnte für Hordewellen ganz gut sein. Weil die viel explodiert. Natürlich durch die ganzen Projektile. Und ich muss jetzt sagen, sie ist nicht so overpowered wie diese Dice Gun aus der Extratonian Mod. Die war ja komplett broken auf dem Glückspilz. Auch natürlich noch, wenn ihr Lust habt auf Brotato. Irgendwie noch mehr Brotato. Außer auf diesem Kanal. Kann ich euch natürlich noch meinen VOD Kanal empfehlen. Das ist mein Zweitkanal. Den findet ihr auf meinem Hauptkanal verlinkt. Auf der Startseite. Oder ich glaube auch in der Videobeschreibung immer. Weiß ich jetzt aber gar nicht. Auf jeden Fall verlinkt. Da lade ich immer VODs von Twitch hoch. Ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, da mal vorbeizuschauen. Da spielen wir auch relativ oft Brotato, wenn ich live bin. Aber vielleicht auch mal bei Prototype oder andere Spiele dieses Genres, die halt ziemlich geil sind. Da werde ich vielleicht auch mal Source und Survivor das erste Mal antesten und so die Tage. Also da seid ihr auch ganz herzlich eingeladen, mal vorbeizuschauen, Follow da zu lassen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja mal reinschauen. Ist natürlich nicht Pflicht. Aber wer Lust hat, ist herzlich willkommen. So, wir nehmen hier alles mit. Und glaube ich, ja, das sieht alles stabil aus. Explosionsschaden, Crit ausweichen und XP. Guck mal, das knallt doch. Dank am Schein und Attack Speed nehme ich natürlich auch immer mit. Oh, jetzt kommt die erste Hordewelle. Ich habe ein bisschen Angst. Ich lasse auf jeden Fall alles zum Heilen liegen. Naja gut, wir haben Explosionen. Wie gesagt, die sind eine Möglichkeit. Wir haben aber keine Rüstung. Wir haben relativ wenig Attack Speed für so eine Hordewelle. Wir sind im Minus. Wir droppen nicht so viel Materialien. Das heißt, unsere Elefantenbaby und unsere Fähigkeit können nicht so effektiv genutzt werden. Das macht die ganze Sache natürlich ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, wenn wir uns so in die Ecke bestellen und wirklich einfach alle Gegner wegsprengen, dann kriege ich halt keine Bäume tot. Das ist ein bisschen blöd. Aber ich habe das Gefühl, das ist unsere beste Strategie hier zu überleben. Dann liegen uns die ganzen Früchte vorm Gesicht und ich will schon irgendwie Bäume töten. Riskant, aber diese Bäume sind unsere Haupteinnahmequelle. Oh ja, hier hinten. Gerade nichts bekommen. Gut, wir gehen hier einmal durch. Ich brauche die Kisten, komm schon. Ich kriege keine einzige. Ah gut, immer ein 4. Nackermschaden, Crit und Fernkermschaden. Gut, warum Nackermschaden brauchen wir ja nicht. 3 Fernkermschaden und 5 Crit ist mir das 6 ausweichen wert. Ach komm, wir haben sowieso immer noch kein Ausweichen. Weisheit. Ich nehme lieber das Geld mit. Weisheit ist mir jetzt nicht so wichtig, weil wir gerade eh andere Sorgen haben. Holster können wir mitnehmen. Dreieck der Macht können wir mitnehmen. Weisheit wird später eh nochmal kommen. Das können wir eh mal noch mitnehmen. Da nehme ich jetzt erstmal lieber das Geld mit. Nehmen wir hier das mit. Eine Flosse. Nochmal eine Flosse. Aber wir sind schon so schnell. Alienauern können natürlich später auch immer lustig werden. Bandana. Funktioniert denke ich auch mal mit denen, wenn die explodieren, dass die dann weiterfliegen. Sollte es ja eigentlich. Ich habe die noch nie benutzt, aber ich denke mal, dass das mit Bandana funktioniert wie mit normalen Waffen auch. Paketen werfen oder so fliegen ja auch weiter, wenn sie explodiert sind. Aber ich glaube so ein Bandana. Ja, die fliegen weiter. Sehr gut. Dann haben wir jetzt praktisch nochmal ein bisschen AOE dazu bekommen. Und sollten wahrscheinlich, wenn wir jetzt noch ein bisschen an unserem Attack Speed arbeiten, die nächsten Runden sehr entspannt dabei sein. Weil Welle 14 ist wieder eine Horde Welle. Und ich bin ganz ehrlich, ist mir lieber als Elite Wellen, denn ich denke, später werden wir eh so viel Glück haben, dass rote Kisten praktisch, dass wir eigentlich gar keine roten Kisten mehr brauchen, weil wir aus so vielen Kisten wahrscheinlich rote Items kriegen werden. Wenn alles nach Plan läuft. Das heißt, Elite Gegner sind für uns sogar eigentlich eher schlechter. In der Horde Welle kriegen wir schön viel Geld. Vergleichsweise. Und haben halt einfach, ich finde der Horde Wellen meistens auch einfacher als Elite Wellen. Zumindest, wenn man das richtige Setup hat. Und das haben wir mit diesem Run. Das brauchen wir nicht. Injektion ist mehr Damage. Und Elementarschaden nehmen wir auch mit. Vier Rüstungen, da kann ich jetzt nicht widerstehen. Cyberball kann ich auch nicht widerstehen bei unserem ganzen Glück. So, jetzt können wir hier mal den Loaded Dice ein bisschen upgraden. Bisschen mehr Ernte. Haben wir auch schon ordentlich. 132 Ernte, so nebenher. Okay. Die Ernte jetzt zu kaufen wäre eigentlich das Beste. Aber ich will auch das Glück. Aber wir werden das Glück jetzt nicht kaufen. Wir werden Attack Speed kaufen. Dann sind wir beim Attack Speed schon mal positiv. Und wir werden den Traktor kaufen für noch mehr Ernte. Weil ganz ehrlich, unser Schaden ist nicht schlecht. Und dann holen wir uns für nächste Runde das Glück. Wenn die Horde Welle ist, dann haben wir eh ganz viele Gegner. Und je mehr Gegner werden, desto höher ist die Chance, dass aus Gegnern auch Kisten rausdroppen. Das heißt, wir würden es optimal verwenden. Natürlich hätte ich jetzt in der Welle die 20 Glück auch schon gebrauchen können für die Bäume. Aber ich glaube, so rum macht es mehr Sinn. Dann holen wir das Maximum aus dem Traktor raus und haben eine Runde mehr Ernte. Anstatt andersrum Ernte will man ja eh so früh wie möglich hoch machen, wenn man es benutzen möchte. Und ich... Ja, das sieht relativ stabil aus. Ich muss sagen, ich hatte auch noch einen ziemlich geilen Run auf dem Feefras und dem Glücksbills. Das war auch ziemlich wild. Da weiß ich nicht... Also das war im letzten Stream. Er war auch ziemlich krank. Da weiß ich nicht, ob ich den einfach aus dem Stream nehme oder vielleicht nochmal neu die Kombo aufnehme. Muss ich mir noch überlegen. Habt ihr dann eh schon gesehen, wahrscheinlich, wenn ich das Video raushaue. Weil das jetzt am Wochenende kommt. Und die Sachen, die ich aus dem Stream ziehe, kann ich schnell aus dem Stream ziehen. Bisschen bearbeiten und hochladen und muss dann nicht noch echt sowas aufnehmen. Das geht halt sehr entspannt. So, hier nehmen wir Angriffstempo, glaube ich, oder? Ja, doch. So. Zack, zack. Oh, der Glückspfennig. Ja, das ist natürlich das Item für uns. Wir werden sowieso später auf Crit gehen. Ähm, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Da führt kein Weg dran vorbei, am Glückspfennig. Rordewelle, Welle 14 ist natürlich nervig, weil wir die ganzen Kernkämpfer immer haben, die uns töten wollen. Aber trotzdem, alles noch im Rahmen. Oh. So, sehr schön. Wieder eine Menge Stuff. Elefantenbaby, seltsames Essen, ist halt noch mehr Heilung, nehme ich mit, weil wir gerade eigentlich auch glücklich Heilung haben. Und Razorblade nochmal. Fünf Crit, vier Lifestyle, richtig gutes Item. Ist auch aus der Mod, falls ihr euch fragt, wo das herkommt. Ich nehme einfach mal zwölf Tempo mit. Weil wir eh durch die ganzen Polster noch viel Minustempo kriegen werden. Noch ein Traktor. Also Traktoren kriege ich gerade wirklich hinterhergeschmissen. Ja, nochmal drehen. Komm, ich bin gierig. So, da ist das nächste. Also Traktoren, drei Stück, aber leider noch nicht. Ich muss sagen, so richtig geile Items. Genau, ein bisschen. Aber kann noch kommen. Wie gesagt, je weiter wir kommen, desto mehr Bäume, desto mehr Kisten. Das ist schon die nächste, wenn wir jetzt aus jedem Baum eine Kiste bekommen. Jo. Aus jedem Baum einfach eine Kiste. Kann man mal machen. Sehr schön, noch eine Kiste. Und noch eine. Also das wird, glaube ich, eine gute Runde. Jetzt haben wir acht Kisten oder sieben oder so die Runde. Genau das ist der Effekt, den ich haben wollte. Dass wir wirklich einfach die Kisten nur noch hinterhergeworfen bekommen. Das haben wir in einer Runde. Moment. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Kisten in einer Runde. Ha. Kann man mal machen. Nehmen wir auf jeden Fall einfach erstmal alles mit. Elementarscheiben brauchen wir nicht. Ja, der wäre gar nicht so schlecht, der kleine Frosch. Glaskanone. Uh, Glaskanone scheppert natürlich auch ordentlich Damage raus. Glosser muss ich jetzt sagen. Wir sind schnell genug und ich will das Geld erstmal lieber haben. Das ist ziemlich gut. Einen Garten könnten wir auch mitnehmen für mehr Heilung. Aber wir spawnen so viele Bäume und haben so viel Lack, dass wir es wahrscheinlich gar nicht brauchen. Ich sollte auf jeden Fall alles mitnehmen, was Crit gibt, was in unserem Bild halt Sinn macht. So das Energieanband macht nicht so viel Sinn, weil wir Fernkampfschaden auch verwerten. Uh. Nächster Liliner. Sehr schön. Ah, doch komm. Ich glaube, einen Garten nehme ich mit, wenn wir uns das gerade leisten können. Ist ein bisschen mehr Heilung, ist ein bisschen mehr Chance auf Überleben, wenn es mal eng wird. Bin bis jetzt echt zufrieden. Ich hätte wirklich gedacht, dass wir mehr Probleme haben werden, dadurch, dass wir so extrem schwach am Anfang sind. Weil minus 40, minus 60, minus 50 auf wichtige Stats, das ist halt schon eine Menge. Ich habe wirklich nicht gedacht, dass das so entspannt sein würde, aber das ist, glaube ich, viel die Waffe, die das Early-Game deutlich einfacher gemacht hat. Weil solche Glück-Builds natürlich extrem scale und jetzt spawnen hier Bäume, als gäbe es kein Morgen. Einfach 10 Milliarden Bäume. Holster, jawohl, die packen wir ein. Also Lederweste auch gut. Wir müssen eh mal in unserem Ausweichen arbeiten. Coupon natürlich auch richtig, richtig gut. Ah, Rakete wären 10% Schaden. Wäre nicht schlecht eigentlich für 6% Attack-Speed. Metaling auch nicht schlecht. Okay, wir kriegen jetzt wirklich viele Polster. Das ist schon mal ein guter Anfang. Explosionsschaden auch nicht schlecht. So, was machen wir hier? Loaded Dice nehmen wir auf jeden Fall mit. Den Filzhut, den nehmen wir auch mit. Ist wieder Ernte und Glück. Wir haben schon 303 Ernte. Ich muss sagen, das ist schon ganz schön eskaliert mit der Ernte. Crit ist auch gut, weil Crit gibt uns auch Glück. Wir haben jetzt 168 und jetzt haben wir 393. Also Crit wollen wir auch nehmen. Jetzt haben wir schon die 400 geknackt. Da sind wir auch ganz gut aufgestellt. Und vor allen Dingen natürlich, wir kripten auch öfter, was natürlich auch win ist. 30% unseres Glücks wird bei den roten Würfeln umgewandelt. Klingt übel. Klingt ganz schön übel, muss ich sagen, vom Schaden her. Macht auch heftigen Schaden. Ich denke mal, der Elite-Gegner gleich wird tatsächlich gar kein Problem. Kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass das schwierig wird. Das ist so unglaublich, wie viele Bäume dieser Charakter spawnt. Ich liebe es. Wenn man da dann halt noch mehr Bäume Multiplikatoren zu hat, dann rastet er komplett aus. Und dann kriegen wir natürlich Kisten bis zum Umfallen. Ja, 16 Ernte. Ich will lieber die Rüstung haben. Maus, mehr Gegner? Ich würde sagen, wir nehmen mal ein paar mehr Gegner mit. Was soll schief gehen? Lederweste nehmen wir auch mit. Elementarschaden brauchen wir nicht. Dann sind wir jetzt tatsächlich mal positiv beim Ausweichen. Und ich glaube, da würde ich mich auch jetzt dann erstmal darauf konzentrieren. Dann können wir noch einen Metalldetektor einpacken. Ist noch ein bisschen mehr Glück. Wir haben echt eine Menge Geld. Einen Fernkampfschaden kann ich opfern für 40 Glück. Verbandskasten ist halt kein einzigartiges Item. Deswegen kaufe ich den nicht. Den brauchen wir einfach nicht. Krittes Glück und mehr Schaden nehmen wir mit. Reichweite würde ich auch ein bisschen mehr haben. Dann können wir uns jetzt... Na ja, wir machen uns noch einen Lila nennen. Wir holen uns noch so ein. Und noch mehr Glück. Ja, komm. 500 Glück. Und noch ein bisschen mehr Heilung. So, ich bin gespannt. Und wir machen verdammt kranken Schaden. Holy moly. Also, das war heftiger Schaden. Ich würde mal sagen, 500 Glück mit einer Waffe, die mehr Schaden macht, je mehr Glück man hat, ist gar nicht so schlecht. Klingt stabil auf jeden Fall. Klingt stabil auf jeden Fall. Blutige Hand. Ja, wie gesagt, blutige Hand, glaube ich, gehen wir jetzt diesen Run nicht drauf. Obwohl, ich habe sie schon so lange... Nee, wir haben jetzt schon die Pyramide genommen. Vielleicht den nächsten Run mal wieder eine blutige Hand mitnehmen. Ich habe sie schon so lange nicht mehr genommen. Auch wenn sie objektiv natürlich nicht das beste Item ist. Oh, extra mag. Nice, was man mitnehmen kann für den Endless-Modus, aber es muss ja nicht immer alles perfekt sein. Wir könnten auf jeden Fall sehr viel Schaden rausholen. Hier sehe ich irgendwie nix so richtig. Da hole ich mir Fernkampfschaden und vier Rüstung. Boah, die Rüstung geht klar. Die Krone ist jetzt leider ein bisschen spät, aber Abpraller sind doch eigentlich ganz lustig. Abpraller sind doch mit unserem Bild eigentlich ganz lustig. scharfe Soße auch sehr, sehr gut, weil wir werden so viel Zeug drauf. Oh, und der Pfau. Der ist für später extrem krass, weil wir jetzt erstmal 125% XP bekommen in einer Welle, in der extrem viele Gegner spawnen. Weil im 19 ist auch so eine Welle, in der extrem viel Zeug spawnt. Dadurch können wir nochmal, denke ich, gut XP machen. Vor allen Dingen am Ende, wenn unsere Ernte kickt. Ist da nochmal einiges möglich. Oh, mit zwei Level vielleicht sogar noch eins mehr. Komm schon. Moment, ein Level erst. Oh, ich bin lost. Ich dachte, wir hätten schon eins gemacht. Na gut, wir machen zwei Level mit der Ernte am Ende noch, wahrscheinlich. Dafür hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Okay, wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn Kisten gemacht. Ich glaube, mein Rekord war mal 16 Kisten. Der Money Tree, muss ich sagen, ist nicht so ein geiles Item, finde ich, von der Mod, weil im Ende des Modus halt einfach und vorher auch nicht wirklich relevant. Das Kloppenwurm nehmen wir auf jeden Fall mit. Blutspäne. Ne, lass mal. Heute nicht, ausnahmsweise. Das können wir eigentlich mitnehmen. Drei Lifestyle ist jetzt nicht die Welt. Für sechs Rüstungen sehe ich mich da schon. Ah, Crit verlieren und wir sind schnell genug. Machen genug Schaden. Das brauchen wir eigentlich nicht. Ah, Regierung halt auch. Crit ist Glück. Und wir haben sowieso keine Ausweichen. Blöderweise. Ich hätte gern mehr Ausweichen, muss ich sagen. Aber irgendwie gehe ich zu viel auf Glück, glaube ich, diesen Run. Ich frage mich, warum. Ja, Crit ist mehr Glück, als wenn wir Glück nehmen. Nochmal Crit, dann haben wir schon 71% Crit. Aber theoretisch können wir Crit ja auch bis ins Unendliche mitnehmen. Weil wir halt jedes Mal mehr Glück dafür kriegen. Das heißt, wir haben schon das Potenzial, mit dem Glück noch was anzufangen. Aber natürlich hätte ich, äh, oder mit dem Crit noch was angefangen, anzufangen. Bam, bam. Und dann gehen wir rein. Ich würde sagen, der Boss wird nicht schwierig. Sind die denn noch da? Äh, ja. Er wird überhaupt nicht schwierig. Komm, machen Abflug. Sehr schön. Habe ich jetzt ehrlich gesagt auch bei unserer Stärke nicht mit gerechnet, dass der uns gefährlich wird. Gleich der nächste. Ja. Ich würde sagen, 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 ich Ok, wir haben wieder einen Haufen Kisten bekommen Und ganz Ah, die Flosse Ja doch, komm, wir haben so viel Glück 30% Schaden auch, fantastisch Mehr Bäume her damit 15% Crit ist 30 Glück, ist nochmal 40 Glück mit unserem Charakter Auf jeden Fall Laser geschützt, Sift Relict Ey, schau dir an So, hier kann ich eigentlich alles gebrauchen Warte mal, wie viel Crit haben wir jetzt mit unseren Dingern 86, ja Da kriegen wir schon noch die Ah, komm, ich nehme Tech Speed Stromgenerator, perfekt, wir haben gutes Tempo Elefantenbaby auch gut Fernkampf Schaden ist jetzt nicht so Wichtig für uns, Glück ist wichtiger Angriffstempo will ich auch nicht verlieren Aber 10% Angeststempo ist jetzt auch nicht so viel Ach, komm, wir nehmen es mit XP, bisschen mehr Glück Bisschen mehr Reichweite Welche Sammelreichweite habe ich eigentlich schon? 170, ich habe bald so viel wie der Soldat Bald brauche ich kein Moment, ich habe das Sift Relict Keiner darf es sagen Hat keiner gesehen, Leute Ich habe ja das Sift Relict Das war damit ich Heilung aus der größeren Range einsammeln kann Ihr müsst das Metagame verstehen Ach stimmt, wir sind jetzt ja auch halb der Glückspist Das heißt, ich kann mich einfach in die Mitte stellen Und AFK gehen Wir hören uns an den 10 Runden wieder, würde ich sagen Nein, Spaß Ja, jetzt haben wir natürlich Sift Relict plus Glückspist Die perfekte Kombo Das heißt, jetzt stirbt natürlich zwischendurch auch einfach alles Weil wir alles automatisch einsaugen Und wir holen das Maximum an Geld raus Natürlich jede Runde Also auch ein Win für uns Bärtierchen Ja, aber hallo Oh, Leute Das ist risky Wir machen die Gegner schneller Aber je schneller die Gegner sind Desto mehr Schaden kriegen wir dazu Und wir kriegen 100% XP Ihr wisst, dass ich das auf jeden Fall nehme Ich könnte die Gegner noch schneller machen Aber ich glaube, ich übertreibe es nicht Okay, ich nehme die Kronen jetzt geschenkt Dann kann die uns nicht mehr nerven Auch wenn die uns an sich einfach mal so gar nichts bringt Also wirklich überhaupt nichts mehr im Endlos-Modus Leider Ich versuche jetzt wirklich mal mein Ausweichen hochzukriegen Das ist ja ein Desaster, wie niedrig das ist Werden wir nämlich auf jeden Fall brauchen Okay, Filzhut nehmen wir auch wieder mit Ritual nehmen wir auch mit Für mehr Schaden Mehr Ausweichen auf jeden Fall Das muss jetzt so schnell wie möglich hoch Boah, ich habe aber auch übel viele Bäume Wartet mal, wie viel mehr Bäume spawnen? Sieben Mal mehr Bäume Also Ich glaube, das wird noch lustig werden Mit den ganzen Bäumen und Kisten, die wir kriegen Adrenalin ist das natürlich richtig gut Ich muss eigentlich immer noch, was ich machen wollte Aber wo ich einfach nie zukomme Oder halt Ich müsste eigentlich dringend mal Meine Item-Tierlist machen Bei der ich mal meine Meinung dazu sage Welches Item besonders gut ist im Endlos-Modus Und welches nicht Beziehungsweise halt generell mal alle Items einranken Aber es sind halt so viele Items Muss ich mir halt die Alle raussuchen Dann in dieser Liste einfügen Und dann halt noch Das wird auch noch sehr lange dauern Die alle einzuranken Muss ich mich auch irgendwann mal dran machen Weil irgendwann wollte ich das auf jeden Fall mal machen Und was auch tatsächlich viele sich gewünscht haben In letzter Zeit Weil ja natürlich auch Wenn die Brotato-Videos Gerade so Videos, die besonders interessant sind Wo man Runde 100 knackt Oder mal irgendwie ein richtig geiles Bild hat Da kommen natürlich auch dann viele Leute Die vielleicht meinen Kanal noch nicht kennen Oder auch Brotato vielleicht noch nicht so gut kennen Und einfach zufällig mal vorbeischauen Ich wurde tatsächlich auch in letzter Zeit Sehr viel nach Anfängertipps gefragt Das fällt mir jetzt natürlich relativ spät im Run ein Aber wenn ihr jetzt irgendwas habt Wo ihr sagt Ey, das hätte ich gerne gewusst Bevor ich Brotato angefangen habe Oder das sind hilfreiche Infos Für Leute, die gerade bei Brotato noch relativ am Anfang sind Dann schreibt mir das doch sehr, sehr gerne mal in die Kommentare Jetzt wenn ihr sagt Ey, ich hätte zum Beispiel gern gewusst Dass in den ersten drei Shops garantiert immer Waffen zweimal kommen Und dass man da eigentlich sehr, sehr gut auf Waffen gehen kann Und sich Oder dass man sich halt da besonders drauf konzentrieren soll Irgendwelche, irgendwie solche Sachen Einfach so Sachen, wo ihr sagt Ey, das wäre cool gewesen, wenn ich das gewusst hätte Vielleicht mache ich da auch mal einen Anfängerguide Für alle Leute, die Interesse daran haben Besser zu werden im Spiel Oder die mit irgendwas Probleme haben Muss ich halt immer gucken Weil ich sage es immer wieder Ich mache ja meine regelmäßigen Uploads Diese Mittwoch gibt es Potato Samstag und Sonntag gibt es Potato Und alles, was halt außerplanmäßig kommt Also alles, was an den anderen Tagen kommt Sind entweder Sachen, auf die ich einfach Bock habe Und die ich mit euch teilen will Und vielleicht gefällt es dir dem einen oder anderen Wo ich mich ein bisschen ausprobieren möchte Oder halt auch Streams Sachen Oder irgendwie Sachen, wofür ich noch so die Zeit finde Also alles, was nicht Mittwoch, Samstag, Sonntag kommt Ist immer so ein bisschen Wenn ich die Zeit habe, mache ich das Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig Dann zu gucken, dass ich das alles unter einen Hut kriege Aber ich werde vielleicht auch mal versuchen Für alle Leute, die da Interesse dran haben Mal irgendwie ein Anfängertutorial zu machen Oder mal meine Tipps rauszuhauen Die ich neuen Spielern geben würde Wenn ich jetzt praktisch das Spiel jemandem zeigen würde Und dann würde ich dem irgendwie Tipps geben Damit er anfängt mit dem Game Ist aber nur mein Gedanke dazu Deswegen, wenn ihr da irgendwas habt Und sagt, ey Guckt es mal an Dann haut es gerne rein Ich würde mich freuen Würde mir auf jeden Fall auch helfen Weil natürlich, wenn ich weiß, was ihr wollt Habe ich auch so ein bisschen Ja, kann man das immer so ein bisschen besser einschätzen Wenn man direkt weiß, was die Community sich wünscht Als wenn man sich einfach immer nur alles selber nimmt Ich habe auch schon auf dem Discord nachgefragt Und so Da kamen auch schon ein, zwei Sachen Die sich gewünscht wurden Für Für Einfach Für so Anfänger Tipps Deswegen, wie gesagt Wenn ihr da irgendwas habt Schreibt es gerne in die Kommentare Sowieso immer gerne in die Kommentare schreiben Und wenn es nur ein Hallo ist Oder ein Ein Ich sage das nie so oft Weil ich will nicht immer so Sellout machen Ich mache Ich fand das am Anfang immer schon Wenn ich am Anfang des Videos immer so sage Ey Lass mal Follower auf meinem Kanal da Und like das Video So Da denke ich mir immer schon Das hört sich immer schon so Sellout an Aber natürlich Lasst Kommentare sind super fürs Video Die helfen dem Algorithmus Also Wenn ihr das Video gut findet Und mich unterstützen wollt Dann Auch wenn es so ein Hallo ist Oder wenn es irgendwelche Vorschläge sind Oder irgendwie Ein netter Kommentar Konstruktive Kritik Irgendwas Das hilft dem Video ungemein Damit unterstützt ihr mich völlig Ja Völlig Mit wenig Aufwand Ich kenne es aber von mir selber Man schreibt natürlich nicht bei jedem Video Immer einen Kommentar Oder so Wenn man das Video gut findet Aber ich dachte mir Ich sage es einfach mal Schaden kann es ja nicht Und euch tut es nicht weh Und mir würde es natürlich helfen So Jetzt gucken wir mal weiter Wir sind bei 103 Crit Das heißt wir brauchen kein Crit mehr Und wir sind bei Ausweichen auch sehr gut dabei Ich muss auch sagen Es läuft sehr entspannt aktuell Die Runden fliegen so hinter mir her Während ich hier am Quatschen bin Das freut mich doch Oh 15 Crit Ja gut Crit können wir jetzt nicht mehr gebrauchen Aber 15 Crit sind halt 40 Lack Und 40 Lack ist schon eine Menge Wir sind bei 808 Jetzt kann ich auch Weißheit mitnehmen Ganz ehrlich Dann haben wir das weg Ich glaube wir sollten jetzt nochmal gut aufstocken Ach wir haben ja auch Abpraller Oh Boah Okay Es ist Schaden im Haus Es ist Obst im Haus Leute Es ist Schaden im Haus Fertig ist Schaden im Haus Okay Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Oh Danke Und Ich bin Aber Welle 25 auch absolut kein Problem. Ich denke mal, wir sollten bis Welle 30 mit dem Setup, was wir haben, sehr entspannt durchkommen. Und dann wird sich zeigen, wie es weitergeht. Uns fehlen noch ein paar essentielle Items, wenn wir wirklich einen krassen Run machen wollen. Ich sage schon mal jetzt, wir gehen nicht auf die Kartoffelwerfer. Ich will nicht jedenfalls immer auf Kartoffelwerfer gehen. Und ich würde sagen, wir haben ein ganz gutes Setup dadurch, dass wir halt eine Waffe haben, die mehr Schaden macht, je mehr Glück wir haben. Und dadurch, dass wir einfach sehr viele Kisten kriegen und dadurch wahrscheinlich ziemlich viel Glück bekommen werden, auch noch mit der Zeit, haben wir praktisch auch so ein bisschen Scaling von Natur aus. Und müssen nicht ganz so viel auf irgendwie jetzt Kartoffelwerfer setzen oder so. Weil ich will die, wie gesagt, jetzt nicht jeden Run immer benutzen. Das nutzt sich irgendwann auch ein bisschen ab. Deswegen mal ein bisschen was anderes. Und wir gucken mal, ob wir hier jetzt mit dem Glücksringern weiterkommen. Die machen 1053 Schaden. Ähm, Moment. Okay, ich glaube, wir sind echt gut dabei. Ich glaube, dass die so viel Schaden machen. Ich achte da gar nicht richtig drauf. Ich sehe nur, alles stirbt. Läuft alles schon so ein bisschen auf Autopilot, weil ich jetzt so viel am erzählen war. Sind schon echt stark die Teile, also mit Abprallern. Ich habe so Shotgun-Würfel, fünf Würfel, die mit die 1053 Schaden machen. Das hört sich schon ein bisschen krass an. Aber wir haben natürlich die auch wieder auf den besten Charakter genommen für solche Waffen. Einfach der Glückscharakter kriegt die Waffe, die übel viel Schaden mit Glück macht. Das ist natürlich das Best-Case-Szenario. Okay, Sammelreichweite nehme ich nicht mit. Ich habe meine Lektion gelernt. Wir brauchen es nicht. Baby mit Bart. Wir haben 230 Reichweite irgendwo her. Ich nehme es einfach mit. Ist ein bisschen mehr AOE. Glück nehmen wir natürlich auch mit. Ist mehr Schaden. Und mehr Bäume ist auch krass. Hier nehme ich... Naja, einmal drehen wir. 12% Schaden, jawohl. Oder hier drehen wir auch einmal und nehmen... 10 Glück ist ein bisschen mehr Schaden. Da lege ich da nämlich auch nochmal mit. Einfach für mehr Geld. Explosionsgröße natürlich auch fantastisch für unsere Würfel. Haben wir, glaube ich, auch schon einmal bekommen. Exoskelett werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Also Items, die gerade reinkommen, sind auch ziemlich entspannt. Ja, wir kriegen jetzt auch wirklich fast jeden Baum aktuell eine Kiste. Natürlich müsst ihr mal daran denken, das wird später schlechter. Ja, auch weil ich hatte schon Runs. Da hatte ich irgendwie... 15.000 Glück. Und hab dann irgendwie in höheren Wellen nicht mehr so viele Kisten gedroppt, als wenn du die 15.000 Luck halt in einer niedrigeren Runde hättest. Einfach aus dem Grund, weil das Glück Scaling auch später runter geht mit höheren Endlos-Modus-Runden. Deswegen kriegt man dann später auch einfach weniger Kisten. Aber jetzt erstmal können wir trotzdem das ausnutzen. Jetzt haben wir überall noch diese Babys. Baby-Projektive, die rumfliegen. Die machen jetzt natürlich nicht so krassen Schaden, aber... Kleinvieh macht auch Mist. 84 Schaden haben oder nicht haben, wenn man den Gegner tötet. Also würde ich sagen, nehmen wir auf jeden Fall mit. Das bisschen. Und bis jetzt ist es halt wirklich unglaublich entspannend. Plastik, Spanischstoff. Ey, nochmal Plastik, Spanischstoff. Krass. Das dritte Mal jetzt. Da knallt's. Aber wir haben immer noch nicht maximales Ausweichen, fällt mir auf. 40 Ernte... Ne, da nehme ich lieber das Geld mit. Eben sind aber auch ganz gut dabei. 12% Schaden nehmen wir mit. Ah, Crit und Reichweite nehme ich auch wieder mit. Einfach fürs Luck. Da machen wir schon 1300 Schaden. Und 25% Schaden. Da machen wir schon 1375 Schaden. Also es geht voran. Der Schaden wird immer mehr. Kriegen der Selbstjustiz? Fantastisch. Der fehlt uns auch noch. Haben wir noch gar keinen gesehen. Und er ist tot. Und die haben ja gar keine Schnitte. Okay, krass. Hätte nicht gehört, dass wir so extrem übertreiben vom Schaden her. Als ich mir diese Charakterkombination ausgedacht hab. Gut, wir sind natürlich auch erst in Welle 28. Aber ich muss sagen, der Schaden, den wir jetzt haben, dann sollte uns durch die wahrscheinlich bis Welle 40 erstmal ohne Probleme durchtragen. Ohne, dass wir einmal getroffen werden. So, den Metallschaden brauchen wir nicht. Niekliche Affe brauchen wir auch nicht so wirklich. Und die Reichweite nehme ich immer gerne mit. Mal gucken, wie weit wir mit Reichweite noch kommen. Glass-Kanone. Das auch gerne noch. Und Cyberball. Kriegner jetzt noch schneller machen. Das sehe ich nicht so. Retromation Kapuzenpullover. Den sehe ich aber sowas von. Okay, das war ein richtig guter Shop. Damit haben wir das nächste rote Item abgehakt. Natürlich auch eins, was uns extrem viel bringt. Jetzt können wir nämlich praktisch nur noch Ausweichen mitnehmen, wenn wir Attack-Speed brauchen. Und kriegen halt nochmal deutlich mehr Attack-Speed dazu. Ich nehme hier auch oft gefragt werde in Endless Runs, warum ich immer so viel über das Ausweichen-Cap gehe und gar keinen Attack-Speed mehr mitnehme. Weil eben diese Kapuzenpullover mehr bringt, als Attack-Speed zu nehmen. Rotes Ausweichen-Upgrade gibt 12 Ausweichen. Wenn man ein Pullover hat, kriegt man mit 12 Ausweichen 24 Attack-Speed. Rotes Attack-Speed-Upgrade gibt 20 Attack-Speed. Das heißt, es sind zwar nur 4% mehr, aber wenn man mit dem Kapuzenpullover nur noch auf Ausweichen geht, hat man viel mehr davon, als wenn man irgendwelche anderen Attack-Speed-Stats mitnimmt. Deswegen kaufe ich dann auch immer noch Ausweichen-Items oder so, wenn man damit einfach an so unendlich viel Attack-Speed bekommt. Macht natürlich nichts mehr, wenn man Ausweichen schon auf 60 hat. Außer Attack-Speed geben, aber es gibt halt eben so viel Attack-Speed, dass es sich das noch lohnt. Da ist das Item, das wir brauchen, Leute. Das ist das krankeste Item auf diesem Charakter, das ihr euch vorstellen könnt. So, 12% Schaden. Crit wäre nochmal mehr Glück. Ich glaube, wir werden jetzt aber nichts mehr für Glück kaufen, weil wir werden jetzt nie wieder Probleme mit Glück haben. Nie wieder. Wir kriegen jetzt für jede Frucht, die wir einsammeln, Glück dazu. Und Kiste und was weiß ich, wie ihr sehen könnt. Und das bedeutet am Ende des Tages, dass wir einfach so viel Glück jetzt über die Zeit generieren, dass wir locker ein paar Tausend schaffen, wenn wir weit genug kommen natürlich. Dann wäre es vielleicht sterben, dann nicht. Aber in einem langen Run ist dieses Item einfach nur komplett broken. Vor allen Dingen, wenn man einmal viel Glück hat, droppen die Gegner ja auch noch mehr Früchte. Das heißt, man kriegt noch mehr Lack dazu über Zeit. Ich hatte schon Runs, da war einfach die ganze Map voll mit Früchten, die die Gegner gedroppt haben. Weil ich einfach so unendlich viel Glück hatte. Und dann scale das nochmal weiter mit sich selber hoch, das Item. Das ist einfach nur absolut lächerlich. Panikwurst. Landmeme brauchen wir nicht. Mehr Schaden. Ach, 8 Crit wären 16 Lack. Äh, mehr Bäume, jawohl. Haben wir noch nicht genug, so ausweichen. Wir kaufen nichts mehr für Glück. Glück ist Overkill. Wir nehmen eine Maus mit mehr Gegner. Das sehe ich nicht, wie das schiefgehen kann. Und natürlich noch mehr Bäume. Unser Schaden ist ja einfach nur gigantisch. Holy Moly werden die Gegner zerstört. Und wir machen jetzt ja praktisch jede Runde mehr Schaden, weil wir unendlich viel Glück kriegen. Boah. Ich denke, hier wird unser großes Problem wieder die Defensive werden. Aber ich werde gleich eh anfangen zu sparen. Dann haben wir schon mal viele Leben, weil wir einige Holster bekommen haben. Schon den Run. Aber ich muss sagen, es könnte wirklich ein krasser Run werden. Ich will es nicht zu früh sagen, weil dann jinx ich es wieder. Mache irgendwas falsch. Renn irgendwo rein. Aber bis jetzt sieht es echt gut aus. Wir müssen jetzt die tausend Glück auch schon geknackt haben. Ja, 1087 Glück haben wir. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Beherrschung brauchen wir nicht. Tentakel für ein bisschen mehr Heilung. Bisschen mehr Attack Speed. Glück, ganz ehrlich. Wir brauchen nichts mehr für Glück. Wie gesagt, wir nehmen lieber das Geld mit. Das können wir vielleicht noch für Leben umwandeln oder noch irgendein krasses Item mitkaufen. Und nochmal ein Bandana zum Beispiel. Wir haben eh so viel Prozent Schaden. Haben wir noch ein bisschen mehr AOE zur Hilfe. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen, aber... Noch mehr AOE kann, glaube ich, nicht schaden. Das ist einfach nur krank. Ich glaube, ich könnte mich jetzt wirklich die nächsten Runden nur noch in die Mitte stellen. Nicht mehr bewegen. Aber ich will natürlich noch alle Bäume töten, damit wir das Maximum an Kisten rausziehen. Also ich sollte... ... immer mich darum kümmern. Aber ganz ehrlich, die Gegner sind erstmal existieren. Aber sind, glaube ich, erstmal für uns... ...ein Problem. Nee, die sterben einfach von alleine. Auch durch die ganzen Elefantenbabys, die ich habe. Mit unserem ganzen Glück. Injektion. Die nehmen wir mit Pilz. Nö. Laser Blade brauchen wir auch nicht. Blutspende brauchen wir auch nicht. Panikwurst auch nicht. Mehr Attack Speed. Mehr Gegner. Acht Prozent Schaden. Die Gegner, die da spawnen, sind uns egal. Riesengürtel. Da ist er doch. Ah ne, das schmeißen wir nicht raus. Aber wir kaufen uns gleich einfach den roten Haas. Der Riesengürtel. Sehr schön. Jetzt sollte unser Schaden völlig eskalieren. Gerade gegen Elitegegner und so. Sollte jetzt einfach alles zu spät sein. Und Normale wählen jetzt erstmal. Easygoing. Gar kein Problem. Machen wir im Schlaf. Okay. Gecko Baby brauchen wir nicht. Wir haben schon das Sift Relikt. Diesmal bin ich nicht so dullihaft und kaufe dann noch das Gecko Baby. Elefanten Baby, das nehmen wir aber mit. Ich sammle alle Babys heute. Wir haben jetzt auch schon 300, aber wir haben natürlich extrem wenig Rüstung. Das könnte wie gesagt einfach ein Problem für uns werden auf lange Sicht. Natürlich erst in den krasseren Wellen jetzt in Welle 34 sollten wir noch ganz gut durchhalten, wenn wir in was reinrennen. Wie weit meine Würfel fliegen. Ich finde diese Würfel sehen auch sehr lustig aus von dem Design her, denn die einfach so durch die Gegend fliegen als Projektile. Explosionsschaden nehmen wir mit. Attackspeed nehmen wir mit. Das nehmen wir nicht mit, das nehmen wir auch nicht mit. Fernkampfschaden. Ich upgrade das jetzt einfach. Kann sein, dass wir gleich einen Amboss kriegen und das war richtig dumm, aber ich will jetzt einfach alles rot haben, dass wir das Maximum an Damage rausholen und du bist weg. Jo, wie schnell die sterben. Okay, ich glaube wir sind auf jeden Fall bis Welle 40 versorgt, was Schaden angeht. Holy Shit, war das krank. Der ist einfach weg gewesen. Eine Sekunde oder so, der war weg. Ja, der sitzt ja. Ich glaube, ganz ehrlich, wir können erstmal in der Mitte chillen bis Welle 40. Wir müssen nichts mehr machen. Also das Ding ist durch. Die Gegner haben keine Schnitte. Ich chill einfach jetzt in der Mitte. Wir saugen alles ein. Wir kriegen die Kisten, weil sowieso alles irgendwie stirbt. Glaskanone. Joa, das können wir auch noch mitnehmen. Ausweicht für Attackspeed. Und wir gehen jetzt einfach weiter. Ich spare jetzt einfach Geld für mehr Leben. Und wir chillen jetzt einfach hier, holen ganz viel Geld. Ich habe ja auch, glaube ich, schon Jagdtrophäen zwei oder drei oder so. Also da kriegen wir auch ein bisschen Cash. Oh, ich glaube, triggert das Baby mit Bart auch. Ich weiß gar nicht, ob das Baby mit Bart auch den Riesengürtel triggert. Kann das skripten? Ich habe da noch nie darauf geachtet. Ich erkenne es halt auch nicht. Es stirbt einfach alles. Aber es sieht irgendwie aus, als würde es viel Schaden machen. Und normalerweise macht es nicht viel Schaden, weil wir haben nicht so viel Fernkampfschaden. Macht irgendwie 100 Schaden oder so. Aber ich kann wirklich einfach in der Mitte chillen. Das ist immer der beste Moment, wenn Potato zum Idle-Game wird. Im Stream ist es besonders gut. Dann kann man immer schön viel mit dem Chat reden. Ansonsten muss ich in den Runden immer aufpassen. Aber das ist natürlich der beste Moment, wenn du einfach nichts mehr machen musst. Nur noch die Items, die du kriegst, einsammeln. Guck mal, wie viele Kisten ihr kriegt. Da habe ich gar nicht gesehen. Ah, 6 Rüstung. Da bin ich dabei. Mehr Gegner bin ich auch dabei. Wie gesagt, was soll da schief gehen? 12% Tempo sind 12% Schaden. Damit wir effizienter in der Mitte rumstehen können. So kann ich jetzt bei der Elite-Welle in der Mitte stehen. Ähm, ja. Die haben ja gar keine Chance. Wo sind die hin? Ich glaube, ich kann gleich in Welle 40 auch in der Mitte chillen. Und dann bis Welle 50 kann ich in der Mitte rumstehen. Aber irgendwann werden die Gegner natürlich auch dann sehr viel aushalten. Und auch sehr schnell. Der Moment wird kommen. Und ab da wird es dann doch etwas schwieriger werden. Ich bewege mich mal ein bisschen. Ich will ja nicht nur in der Mitte rumstehen. Kriege... Ah, ich nehme lieber das Geld mit. Das Geld sind... Es ist eine Menge Leben. Deswegen klatschen wir uns einfach das Geld rein. Ausweichen ist mehr Attack-Speed. Das nehmen wir noch mit. 12% Schaden. Da drehe ich auch nichts mehr rein. Hier kauf ich auch gar nichts mehr. Machen wir uns wirklich den Sparfuchs. Gegner sind schneller geworden in Welle 38. Hängt dran, von jeder 7er Welle auf jede 8er Welle werden die Gegner immer schneller. Ich weiß auch nicht, warum es 7 auf 8 ist. Und nicht zum Beispiel 30 auf 31. Das würde irgendwie viel mehr Sinn machen. So alle 10 Wellen halt, wenn man den Boss geschafft hat, werden die Gegner schneller. Aber irgendwie werden die Gegner von 7 auf 8 immer schneller. Also 37 auf 38, 47 auf 48. Natürlich schnellere Gegner heißt, wenn wir nicht genug Schaden machen, kommen die schneller an uns ran. Die machen selber immer mehr Schaden, halten immer mehr aus. Heißt, es wird immer schwieriger, die auf Distanz zu halten. Natürlich, jetzt geht es noch mit unserem kranken overpowereden Schaden. Aber je nachdem, wie es läuft, kann halt der Moment kommen, an dem es dann doch relativ schnell zu Ende ist, immer. Irgendwann im Endlos-Modus. Wenn man vom Scaling halt einfach nicht mehr hinterherkommt, weil wir jetzt nichts mehr kaufen werden. Wir verlassen uns jetzt 100% auf die Kisten, die wir kriegen. Bärtierchen ist fantastisch. Das nehme ich auch mit für noch mehr Glück. Wir haben 1400 Glück. Noch ein Ring der Selbstjustiz. Das sind so Items, die will man jetzt haben. Ring der Selbstjustiz gibt uns jetzt immer 6% Damage. Weil wir ja 2 Stück haben am Ende jeder Welle. Wir kriegen noch extrem viel Glück aus diesem Hut raus. Glück macht, dass wir mehr Schaden machen. Prozentschaden macht, dass wir mehr Schaden machen. Also haben wir 2 Scaling-Mechaniken, die uns am Leben halten. Und natürlich die Polster. Das heißt, je mehr Geld wir haben, desto mehr Leben haben wir. Das heißt, wir haben sogar 3 Scaling-Mechaniken. Das heißt, wir müssen nichts mehr im Shop ausgeben. Kriegen aber trotzdem 3 Stats permanent erhöht, die unseren Schaden und unsere Defensive erhöhen. Das heißt, die Chancen, dass wir zumindest bis Welle 50 kommen, sind ganz gut. Und dann irgendwann wird sich zeigen, ob das Scaling nicht schnell genug ist. Weil die Gegner halt, wie gesagt, ab einem gewissen Punkt einfach extrem schnell immer stärker werden. Also das merkt man dann schon. Bis 50 geht es noch einigermaßen und dann dreht das Spiel schon ordentlich auf. Und selbst bis 50 ist nicht easy, so je nachdem, was für einen Charakter man hat. Wenn man, vor allem, wenn man Vanilla spielt. Ihr müsst ja mal erdenken, wir spielen hier mit der Kombinations-Mod. Die macht natürlich extrem viel Spaß und macht extrem geile Runs möglich. Aber natürlich spielen wir auch Charaktere, die ziemlich gut zusammenpassen bis jetzt. Ich hatte mir tatsächlich mal überlegt, weil es mir relativ oft vorgeschlagen wird. Ich wurde auch schon mal aufgefragt, ob ich mal so Challenge-Runs zu Potato machen will. Da waren auch lustige Ideen, zum Beispiel mit der Kombinations-Mod Geist und Ritter kombinieren. Die überhaupt nicht zusammenpassen. Weil der Geist ja minus 100 Rüstung hat und der Ritter kriegt Schaden, je mehr Rüstung der hat. Und ich habe mir gedacht, ob ich nicht vielleicht auch mal wieder ein bisschen Vanilla mache, dass wir einen Pazifisten-Run machen, aber versuchen auf Schaden zu gehen. Aber da muss ich mal gucken, ob ich das hinkriege, ob das überhaupt gut klappt. Also meine Pazifisten spielen aber halt nicht auf. Ich nehme Hände und renne die ganze Zeit im Kreis und mache gar nichts. Weil das finde ich persönlich ziemlich langweilig. Ich muss sagen, wenn man ihn nicht auf Schaden spielt, einer der langweiligsten Charaktere. Du rennst halt einfach nur im Kreis und hoffst, dass du nicht stirbst. Ohne, dass du irgendwie groß Gegenwehr leistest. Je nach Charakter hat man natürlich mal so eine Runde, wo man vielleicht jetzt ein bisschen im Kreis rennen muss und hoffen muss, dass man nicht stirbt, weil man einfach nicht so gute Items bekommen hat. Aber jeder Charakter hat ja irgendwie immer was, wo er sich wehren kann. Den Dynamit hätte ich eigentlich nicht kaufen sollen. Aber irgendwie war es Gewohnheit. Das ist auch nicht schlimm. Das Geld machen wir wieder rein. Aber 1000 für Dynamit war es, glaube ich, nicht wert. Das war ziemlich dumm. Ich kann gerade zwar mal erzählen. Ich sage ja immer noch, ich hoffe immer noch inständig. Ich meine, wir haben jetzt einfach schon den 18, wenn ich das aufnehme. Und es kam immer noch kein neues Update. Ich hoffe inständig, dass es noch im April kommt. Weil das letzte Update war Anfang März. Und ich hoffe natürlich, dass es so lange dauert, dass da auch was richtig Dickes auf uns zukommt. Dadurch, dass es so lange dauert, drehe ich mir jetzt einfach ein, dass da dann so ein wirklich richtig krasses Update kommt. Das hoffe ich aber auch noch inständig. Ich will endlich neue Vanilla-Charaktere und dann wieder ein bisschen Vanilla. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, Vanilla habe ich jetzt einfach schon so viel gemacht. Da ist einfach jetzt nicht die Luft raus. Also ich kann immer noch Vanilla spielen und so. Aber ich weiß einfach keine coolen Run-Ideen mehr. Weil irgendwie ich alles schon mal gemacht habe. So, das ist ein bisschen das Problem. Deswegen spiele ich gerade gerne so viele Mods. So, da könnt ihr mir ja auch vielleicht nochmal für Vanilla-Runs irgendwie Ideen reinhauen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe da schon so viel gemacht. Und ich will halt jetzt nicht irgendwie 20 Mal das Gleiche machen irgendwie. Das wird dann ja auch blöd. Ich will euch ja immer noch was Interessantes zu gucken geben. Scheiße, ich habe auch schon von vielen gelesen, sie schauen gar nicht zu, sondern hören mich nur im Hintergrund und zocken dabei. Das ist dann eigentlich auch egal, was für eine Kombination ich spiele. Oder sie hören mich beim Einschlafen. Hatte ich auch schon einige, die das geschrieben haben. Da kann ich dann ja eigentlich spielen, was ich will, wenn ich drüber nachdenke. Hier langsam wird es ein bisschen voller hier, muss ich sagen. Ich habe jetzt natürlich auch schon ziemlich viel Gegner mitgenommen. Also eine Menge Gegner dazugenommen. Das heißt, wir haben nochmal deutlich mehr Action hier. Aber langsam wird es doch ein bisschen voll. Und ich glaube, wenn wir in Runde 48 gehen, wird es dann doch schon nochmal deutlich schwieriger. Ich nehme jetzt, glaube ich, einfach gar nichts mehr mit, was wir nicht unbedingt brauchen. Sowas hier zum Beispiel ist gut. Crit ist mehr Glück. Mehr Glück ist gut. Ich wollte schon fast den Coupon aus Gewohnheit kaufen, aber den lassen wir auch liegen. Den sehe ich auch nicht ein. Deswegen bin ich echt froh, dass die Modsachen auch da sehr gut ankommen. Das ist gemoddetes Zeug. Weil natürlich habe ich immer ein bisschen Angst. So, ey, Mods sind halt vielleicht eher speziell. Da haben nicht so viele Leute Lust drauf. Aber deswegen freue ich mich, dass die Modsachen auch mal ganz gut ankommen. Natürlich der Vorteil von dem Modszeug ist, dass es auch viel coole Sachen möglich sind. Einfach viele Kombinationen, die man vielleicht auch noch nicht so kennt. Irgendwelche Charaktere, die man noch nicht so kennt und so. Gerade in der Elemento-Mod und das weiß ich, was es da alles gibt. Und das wird ja auch noch mehr werden in der Zukunft. Jetzt dadurch, dass Mobile ja auch draußen gibt es noch mehr Leute, die das Spiel zocken können. Ich muss echt sagen, Potato ist ganz ehrlich so ein Riesending geworden. Wenn man gerade von diesen... Obwohl Vampire Survivor, muss ich sagen, war ja auch ein Riesending. Deswegen sind ja diese ganzen Spiele aus dem Boden geschossen, die irgendwie so ähnlich sind. Und so ein bisschen die Identität weitergetragen haben. Natürlich auf ihre eigene Art. Potato ist natürlich nicht wie Vampire Survivor. Sondern er hat ihre Elemente übernommen, ist davon inspiriert worden. Und ist, würde ich sagen, der Vorreiter in diesem Horde-Survival-System. Aber es ist schon unglaublich, wie fett Potato geworden ist. Das hätte ich mir nie erträumen lassen, als ich das damals gefunden habe. Ich glaube, ich habe damals Potato das erste Mal gesehen. Natürlich bei Hanno. Weil, wo soll man das sonst sehen? Ich glaube, der hat es damals auf seinem Uncut-Kanal das erste Mal gespielt. Und ich glaube, Pete Smith hat es auch am Anfang ein bisschen gezockt. Also am Anfang, aber irgendwie so letztes Jahr, Ende letzten Jahres irgendwie so war das. So die Zeit, wo die das alle mal getestet haben, weil es da gerade so up and coming war. Da habe ich es dann auch kennengelernt. Ich hätte mir niemals ausmalen können, als Potato. Vor allem, weil das ja eher so ein spezielleres Genre ist, hätte ich gedacht. Was gar nicht so viele Leute interessiert. So dieses Horde-Survival-Vampire-Survival-Like ist ja schon eigentlich eher ein spezielles Ding. Wenn ich jetzt Leuten hier erkläre, ich, keine Ahnung, habe eine Kartoffel und überlebe verschiedene Wellen, alle 60 Sekunden und spiele, solange es geht. Und keine Ahnung, das kannst du ja irgendwie keinem erklären. Wieso soll man das sagen? Ich habe schon Leute gehabt, die sind in meinen Stream reingekommen, die kannten das Spiel nicht und haben gesagt, was ist das denn? Ich verstehe überhaupt nichts. Das sieht voll komisch aus. Keine Ahnung, warum du das spielst, haben die dann zu mir gesagt. Ich dann nur so, ja, macht Spaß. Mich hat es da total angefixt. Gerade Potato einfach durch dieses, durch dieses, diese Möglichkeiten, die du einfach hast. Du kannst so viel Quatsch machen. So, wie viele Runs ich zu dem Game schon gemacht habe und es mir wird einfach nicht langweilig. So und andere von dieser Art von Spiel habe ich dann irgendwie so fünf Runden gespielt. Zum Beispiel Bounty of One, wo ich eigentlich fand, das war jetzt auch kein schlechtes Horde-Survival-Game oder Vampire-Survival-Like, nennst du es, Volt, so aus diesem Genre war jetzt nichts Schlechtes. Aber das war irgendwie dann so, oh, die Gegner noch schneller. Ne, lassen wir, wir machen die jetzt nicht noch schneller. Den Fehler habe ich schon mal gemacht. Den machen wir nicht nochmal, wir haben die schon schnell genug gemacht. Also Bounty of One zum Beispiel war so ein Ding, das war halt ganz cool, war eine lustige Idee, war auch kein schlechtes Spiel, aber irgendwie haben sie dann, waren die Updates einfach so langsam und dann, und du hattest sehr schnell einfach alles durch, selbst als Potato neu war, oder, naja, es war nicht neu, aber als ich Potato gefunden habe, Ende November oder was das war, da war es, da gab es irgendwie schon 25 Charaktere oder so und konntest du halt schon so viel Zeug machen einfach, dass du einfach, es ist einfach nicht langweilig geworden. Und dann kamen die ganzen Updates, bam, 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 irgendwie jeden Monat war es, jetzt ist das erste Update, was wirklich mal ein bisschen länger dauert, aber was dann wahrscheinlich irgendwann auch sehr viel Content bringen wird. Und dann hast du wieder viel zu tun. Wenn du das Spiel jetzt neu anfängst, hast du ja eh schon so viel zu tun, was du freischalten kannst und was du machen kannst, bis du da mal in Anführungszeichen fertig bist. Deswegen glaube ich, dass viele von diesen Early Access spielen diese Art, leider immer darunter leiden, dass man die natürlich ziemlich viel spielt, weil es einfach so Spiele sind, die machen einfach Bock, wenn du die suchtest. Wenn die dann nicht mit den Updates dahinter herkommen, dann steht man da und hat irgendwann einfach keinen Bock mehr, weil man nichts mehr zu tun hat. Und da hat Brotato irgendwie diesen, dieses gemeistert, erstens weil Brotato natürlich durch die Mods einfach so viel mehr Wiederspielwert bekommen hat und weil es einfach so viel Content auch hat, sehr früh schon sehr viel Content hatte, als es halt bekannt wurde. Ich habe auch überlegt, ob ich mal das andere Game teste von den Brotato-Machern. Das ist halt nicht wie Brotato, das ist halt ein bisschen anders, aber das sah auch lustig aus. Das habe ich auch mal auf einem anderen YouTube-Kanal gesehen. Aber das Problem ist eh immer, es gibt eh immer viel zu viele Spiele, die cool aussehen, die kann man sowieso nicht alle zocken, außer man macht das vielleicht, man macht nichts anderes, also kann man vielleicht machen, wenn man jetzt nur YouTube macht und dann zockt man einfach jedes Game, was geil aussieht und dann passt das schon. Alter, das sind die Gegner schnell jetzt. Ei, 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 es geht los, Leute. Aber es gibt einfach eh immer zu viel Zeug. Aber Nordic Ashes, glaube ich, hat auch ein paar Fans, muss ich sagen. Also ich glaube, Nordic Ashes ist auch so eins dieser Spiele, was extrem gut ist in dem Genre. Ich habe es ja selber auch schon mal so ein paar Runden angespielt, ist schon was länger her. Ähm, ich glaube, das war sogar meine letzte Nordic Ashes Runde, das war bevor der Kanal überhaupt 1000 Abonnenten hatte, glaube ich. Also das ist schon lange her. Aber ich glaube, das hat auch einige Fans, das wurde mir auch öfter mal vorgeschlagen wieder, dass ich da mal wieder reingucken soll in den Kommentaren zur letzten oder zur Magier-Folge, wo ich danach gefragt hatte halt, was ich hier so für Vorschläge habe. Und ich glaube, da schaue ich auch mal wieder rein. Also Nordic Ashes wird definitiv auch wieder was zu kommen. Ich fand das Spiel ziemlich geil, aber hatte genau dasselbe Problem. Es gab halt nur vier Charaktere oder fünf, aber der fünfte war halt einfach nur ein Charakter, der die anderen Fähigkeiten von den anderen Charakteren halt irgendwie vermischt hatte, aber nichts eigenes. Also eigentlich gab es nur vier Charaktere. Aber ich glaube, inzwischen haben die da schon zwei neue Charaktere nachgepatcht. Die ich noch nie gespielt habe. Und da könnte man definitiv auch mal wieder reinschauen, weil es natürlich, ich finde in dem Genre, Horde Survival das bestaussehendste Spiel ist. Also, ne, Brotato sieht natürlich, hat einen guten Style, aber ist jetzt, würde ich sagen, auch nicht das hübscheste Spiel. Es hat halt einen guten Artstyle, sieht dadurch einfach sehr gut aus. Sieht sehr clean aus einfach. Ich finde, Brotato hat so den Vorteil, es sieht einfach unglaublich clean aus. Du kannst immer genau erkennen, was abgeht. Was das Spiel von dir will und so. Und das ist einfach alles sehr eindeutig. Da hatte ich schon mit anderen Spielen dieser Art ein bisschen mehr Probleme. Aber ich muss sagen, Nordic Ashes ist definitiv auch was. Das werde ich, glaube ich, nochmal anspielen und nochmal gucken, wie es mir so gefällt und euch dann natürlich ein paar Videos dazu machen. Einfach mal gucken, euch das zeigen, falls ihr vielleicht da auch mal früher so wart. Ihr habt Nordic Ashes irgendwann mal gekauft und gezockt und dann habt ihr nicht wieder weitergespielt. Dann seht ihr, ey, das ist ja doch eigentlich ganz gut geworden wieder. Fernkampfschaden nehmen wir mit. So Leute, wir sind in der Welt 50. Ich bin die ganze Zeit am labern, muss ich sagen, weil ich gerade so viel zu erzählen habe. Oh. Was? Was hätte ich machen sollen? Ja, Leute. Ich würde sagen, perfekt, wenn ich gerade mein ganzes Zeug durchgelabert habe. Ich habe gesagt, wir kommen bis Welle 50. Ich war anscheinend viel zu langsam. Tja, war kein schlechter Run, war ein ziemlich geiler Run. Welle 50, ich bin zufrieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video oder Stream wieder. Wie gesagt, schaut gerne auf meinem Twitch vorbei, findet ihr in der Videobeschreibung. Da wird öfter mal Potato gestreamt und wie gesagt, alles Mögliche, was das Genre noch so hergibt. Wenn ihr da Lust drauf habt, stattet den mal einen Besuch ab. Ansonsten danke ich euch fürs Dabeisein. Ich wünsche euch natürlich noch einen ganz schönen Abend oder Morgen oder Nachmittag, je nachdem, wann ihr das schaut. Genießt das hoffentlich schöne Wetter bei euch. Bei mir ist gerade strahlender Sonnenschein. Also, glaube ich, gehe jetzt noch ein bisschen raus. Ich wünsche euch was, Leute. Haut rein. Bis die Tage. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020